Hast du gesehen, Papa? Das war eine Rekordrunde. Ich weiß, Piero. Ein großartiger Fahrer. Ein großartiger Wagen. Hier bin ich. In der Fabrik läuft alles gut. Die Entwicklung des neuen Wagens ist sehr vielversprechend. Naja, er hat noch nicht die richtige Traktion. Aber er ist trotzdem schon ungeheuer schnell. Ich bin derjenige, der langsamer wird. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, es könnte das letzte Mal sein. Ich denke, wir sind bald wieder zusammen. Ich denke, wir sind bald wieder zusammen. Grüß Gott, ich bin ja, Ich bin bis dann zum Säome-Basch. Au reisensvertretter von Fabrik. Ich bin viel tot. Wir sind immer noch nicht der Traktor, aber es ist einfach so, aber es ist genauso wichtig. Und ich bin ganz dafür, dass ich da und ich etwas versuche. Da liegt mir so viel zu Hause. Ich bin kein Problem. Hallo?